Das Gestalt-Was-Camp 2021 ist unser digitales Netzfest der beiden Projekte Gestaltbar und Ich-Kann-Was. Ich-Kann-Was ist ein Projekt der Deutsche Telekom Stiftung, bei der du in der Kinder- und Jugendarbeit deine digitalen Ideen verwirklichen kannst. Und die Gestaltbar ist die digitale Werkstatt für junge Menschen von Haupt- und Realschule. Wir haben uns einen spannenden und interessanten Rahmen für das Gestalt-Was-Camp ausgedacht. Es wird total super. Es gibt nicht nur Barcamp-Sessions. Es gibt Expertinnen-Impulse. Wir kriegen Musik auf die Ohren. Wir können mitmachen, wir können spielen und wir können zusammen hoffentlich eine gute Zeit haben. Alles, was uns jetzt noch fehlt, das bist du. Und genau du. Und du.